Personelle Umstrukturierung, Digitalisierung oder Konkurs. Die Gründe ohne eigenes Verschulden, arbeitslos zu werden, sind vielfältig. So hat es auch Manuel und Silvia getroffen. Manuel war zuletzt als Küchenchef in einem Restaurant tätig, das Konkurs anmelden musste. Und Silvia hatte das Pech, dass ihr Arbeitgeber den Betrieb ins Ausland verlegte. Was nun? Beide melden sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAF an und erwähnen im Beratungsgespräch, dass neben seinem neuen Job auch die Selbstständigkeit in Frage kommt. Manuel träumt schon lange von seinem eigenen Restaurant. Und Silvia könnte sich vorstellen, als selbstständige Unternehmensberaterin tätig zu sein. Da kommt die Fachstelle Selbstständigkeit ins Spiel. Die Fachstelle berät Personen mit konkreten Business-Ideen, ihre Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus zu verwirklichen. Die Arbeitslosenversicherung bietet Unterstützung bei der Vorbereitung der Selbstständigkeit mit besonderen Taggeldern. Manuel möchte seine Selbstständigkeit im Haupterwerb ausüben. Er stellt daher bei der Fachstelle ein Gesuch zur Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Mit den besonderen Taggeldern kann er sich für maximal 90 Arbeitstage von den Pflichten der Arbeitssuche befreien und die Planungsphase starten. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Förderung in Anspruch zu nehmen. Es liegt kein Kausalzusammenhang zwischen der Kündigung und der Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit vor. Sie haben Anspruch auf Taggeldleistungen der Arbeitslosenversicherung. Sie sind mindestens 20 Jahre alt. Und Sie verfügen über eine Business-Idee, welche es Ihnen ermöglicht, eine wirtschaftlich tragfähige und dauerhafte Existenz aufzubauen. Manuels Gesuch wurde bewilligt und er darf die Planungsphase starten. Er kann nun die Zeit zur Vorbereitung der Restauranteröffnung nutzen und erhält weiterhin Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Er darf jedoch während der Planungsphase noch nicht operativ tätig sein. Denn die Arbeitslosenversicherung darf niemandem Wettbewerbsvorteile verschaffen. Silvia hingegen entscheidet sich, die Selbstständigkeit im Nebenerwerb auszuführen. Nach der Beratung bei der Fachstelle stellt sie deshalb keinen Antrag und wählt die Option Teilselbstständigkeit. Sie verbleibt somit beim RAF und sucht weiterhin eine Stelle. Sie kann jedoch die Selbstständigkeit zu vordefinierten Zeiten ausüben. Die Taggeldentschädigung wird dementsprechend angepasst. Nach Ablauf der Planungsphase meldet sich Manuel vom RAF ab und eröffnet sein Restaurant. Ob Selbstständigkeit, selbstständiger Zwischenverdienst oder Teilselbstständigkeit – wir beraten Sie gerne. Mehr Informationen finden Sie auf zh.ch slash beratung-selbstständigkeit und34-verdienst千erteidigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020